zack das war alles oder wie oh link zack ich bin jetzt dort da gehe ich jetzt erst mal hier rüber brauche ich gleich noch einen schlüssel habe ich es ist eine von denen die ich retten soll ich danke dir süßer süßer du hast mir das leben gerettet ich werde mich nach draußen das wie lange hängst du schon hier ab guck jetzt bin ich noch süßer hallo man herz und magie beziehungsweise mana keine ahme ich glaube das heißt nicht mal mana aber das ist ja was es ist das ist ein zack der wurde komplett zerstört so was ist das für ein seltsamer raum was ist das für ein sinnloser raum warum sollte ich mir die mühe machen und hier irgendwas versuchen das ist das ist wohl ein punkt gut gut nein war fast fast wäre es passiert aber nur fast. Ein Raum ist noch offen und zwar der da. Gucken wir was ich kann, ich kann bisschen Sterne hochheben, krank oder? Zack! Yay Pac-Man! Was hat alles mit Pac-Man zu tun? Keine Ahnung. Holy shit. Da muss ich schnell sein. Titanenhandschuhe, damit kannst du die dunklen schweren Steine heben, die vorher nicht von der Schnelle zu bewegen waren. Kann ich das verschieben? Nope. Ach, ich kann mir denken was die dunklen schweren Steine sind. Ich weiß immer noch nicht was das hier soll, aber... Sind das die dunklen schweren Steine? Also nicht das, sondern... Nein. Nein, sonst nicht. Ich hab keine Ahnung warum ich das gedacht habe. Ich benutze mittlerweile hier diese... mit der Jungs ganz gerne. Ich hab keine Ahnung. Ach lol. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Soll ich rausbringen. Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt mal raus, auch wenn dann... Ah nein, warte mal. Alles aber bitte nicht diesen Weg. du willst raus ich bringe es zum ausgang und das ist eine reaktion die will nicht hier lang der hauptgrund warum ich so verwirrt war ist weil ich das hier sprengen wollte und es nicht funktioniert hat seltsam ich möchte mich das hier reinwerfen der grund warum ich das nicht kapiert habe ach jetzt erklärt sich auch wenn mir das nochmal erklärt wurde aber der grund ist weil ich versucht habe dass sie zu sprengen es ging nicht und das hat mich dazu gebracht zu glauben dass es nicht funktioniert danke für eine große hilfe wait a minute ist ja das herz noch ok ist hier das herz wieder wäre eine akkuratere formulierung warum tue ich das ich weiß es nicht wo war die denn jetzt da muss ich erst wieder da hoch naja ich komme sowieso dran vorbei ok ja das ist wohl es ist wohl war alter ich hasse es link dreh dich doch so ich habe es wieder geholt jetzt muss ich noch mal dahin wo ich gerade eben war dafür muss ich aber erst mal diese gegner hier besiegen damit ich nicht drauf gehe denn dass ich drauf gehe ist sehr wahrscheinlich da ist noch ein herz drunter alter 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 so jetzt kommt hier licht durch und jetzt stehe ich wieder hin aha das ist viel zu hell ich verstehe ich wurde reingelegt okay ich treffe nicht warum sind hier alle immun gegen bögen das doch doof okay ich musste wahrscheinlich mit dem schwert drauf vielleicht ne ich muss mit dem schwert drauf guess i will die man muss das denn die ganze zeit piepen was 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 auch ach so ich habe ja noch ein paar fehlen dabei stimmt 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 ich habe jetzt nicht wirklich möglich geben weil ich dachte ich gehe sowieso drauf da bitte hätte doch link also nicht link hätten sondern link hätte du dem teil passiert nichts wo ist es nein bitte fucking sie ich bin fast tot aber gut ich wurde reingelegt all meine fehlen sind weg also besser hätte die folge nicht enden können link ich danke dir du hast mich aus den clown der monster befreit damit sieben weisen das tun die schattenwelt durch ein siegel versperren konnten bekämpften die ritter von hyrule ohne rücksicht auf verluft verluft und rücksicht auf verlust gegen furchtbare monster viele ließen dabei ihr leben aber sie taten es für hyrule das hat sich doch gelohnt du bist vielleicht die letzte direkte person die ein nachfahrer dieser tapferen streiter ist und nur du kannst der wahre hält werden wir vertrauen dir du wirst garland bestimmt vernichten zeige deinen mut hast du alles verstanden jetzt möge der weg des helden zum triforse führen den die de jes da 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 Bis zum nächsten Mal.